Ja, willkommen zurück zum zweiten Part von Let's Play FIFA 12, na, jetzt hab ich mich schon versprochen, wa? Ja, so schnell geht das. Ich werde mal ins Team-Management gehen und... Hm, ich werde... B-b-b-b-b-b-b-k-k-k. Jetzt ZDM stellen und Özil auf linkes Mittelfeld. Und ich halte ja nur für Auswechseln. So, und dann kann es auch schon weitergehen. Die zweite Halbzeit. Ich bin auf intensiv gestellt, hab ich auch hohen Druck. Jetzt auf jeden Fall, wenn ich es vorher nicht gemacht habe. Oh, der Pass war nicht gut von Özil. Kretsche auch nicht. Oh, da bin ich auch mal direkt dran vorbeigerasselt. Oh, jetzt krieg ich PP nicht angewählt. Oh, bei! Boah, keine Chance, um schon wieder Raphael. Ist das denn zu glauben? Bin ich aber auch nicht rangekommen an den Typen. Naja, gut. Kuzmanovic. Kuzmanovic ist... Ja. Der Kommentarname, den ich ausgewählt habe, weil er eben beim VfB Stuttgart spielt und... Sergio Amos. Lieblingsverein ist. Und danach kommt auch schon Real Madrid. Oh, die Flanke war zu kurz. Schade. Aber ich spiele jetzt erstmal... Das erste mit Real, weil... Boah, was ist los? Ja, klasse wieder ab, der Spieler, den Schuss abläuft. Weil ich auch sehr, sehr gerne in FIFA-Zug mit Real Madrid spiele. Weil natürlich, ähm... Und das ist natürlich eine starke Mannschaft. Und... Und... Vielleicht sollte man gegen Swarovic Augsburg gewinnen. Aber trotzdem, für mich ist es... Ja, man tritt echt... Also macht echt Spaß. Und auch im VfB Stuttgart spiele ich sehr gerne hier. Oh mein Gott. Und ich lasse mich hier austanz von Raphael. Der hat schon drei Tore gemacht. Das zu glauben. Das gefällt mir jetzt natürlich nicht. Komm schon. Noch offensiver machen. Ah, verdammt. Na komm. Schöner Pass von Ramos. Und... Ach, kommt Ronaldo nicht wirklich dran. Na, was ist hier los? Oh, nö, 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 nö. Och nein, jetzt geht's nicht. Boah. Was ist jetzt los? Oh, was? Oh, hohoho. Jetzt sagt der Elfmeter. Ah, das ist jetzt... Krieg er richtig vor den Lanz hier. Und jetzt krieg ich hätte ich vor den Lanz. Oh, und er schießt in die Mitte. Und schon wieder Raphael. Das gibt's doch nicht. Und es steht 4 zu 1 gegen mich für den Augsburg. Für Augsburg. Oh mein Gott. Ja. Es ist einfach schwierig. Man muss es einfach so sagen. So, oh, 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 nein. Das war nicht gut. Das war gut. Oh, ich komm nicht zum Schuss, aber ich hab den Ball noch. Ey, jetzt krieg ich aber auch Elfmeter. Was ist denn los? Oh, krieg ich keinen Elfmeter. Schau dir das an. Das war doch irgendwie faul. Habt ihr selber nicht gesehen, was genau da passiert ist, aber ich denke, das war doch faul. Eigentlich Elfmeter. Hm. Und ich wurde da schon ziemlich hergeprügelt von 2, 3 Augsburgern. Aber gut, ich hab ja noch eine reelle Chance, Ausgleich zu schießen und zu gewinnen. Also ich hab ja schon sehr, sehr viele solcher Spiele gedreht. Ja, aber so nicht, denke ich. Vor allem, ja, 4-Minuten-Spiele. Vielleicht werde ich, ich glaube, ich mach auch, ich stelle auf 5-Minuten-Spiele um. Und 5-Minuten-Spiele sind vielleicht doch etwas zu kurz. Wenn man es genau nimmt, weil ich sie gerade gleich die 80. Minute erreicht. Und ich denke, 4-Minuten-Spiele sind doch da schon besser. Beziehungsweise 6-Minuten-Spiele, wenn ich das hier gerade mir so ausreiche. Und ich rechne, könnte ich eigentlich auch auf der normalen, also 6-Minuten-Spiele sind. Das ist eigentlich die normale Spielzeit, wo man online spielt. Ja, jetzt spielen die hier natürlich auf Ballbesitz, ja, und wollen sich die das 4-Minuten-Spiele nicht mehr nehmen lassen. Merkt man. Ja, aber wie gesagt, vielleicht auch eher dann 6 Minuten. Ich finde, ich freue mich, dass ich das dann mal umstellen. Ja, das erste Testspiel scheint nicht sehr erfolgreich für mich zu laufen. Was ich mir aber irgendwie schon gedacht habe, dass ich im Let's Play natürlich richtig aufs Maul kriege. Aber wenn ich dann nicht im Let's Play FIFA spiele, dann sieht die Sache irgendwie anders aus. Das ist komisch. Oh, natürlich, der Schiri. Der spielt natürlich auch noch gegen mich, der ist auch gekauft. Aber ihr seht schon, die spielen da jetzt hinten rum und die lassen sich im Fall nicht mehr nehmen. Ja, das war's. 4 zu 1. 4 zu 1. 4-1 habe ich verloren, ja. Einzige Tor hat mein Pro gemacht. Den lieben Freund, so fertig zu spielen. Den lieben Freund, ja. Schade. Na ja, gut, dann muss ich mir immer noch etwas reinhängen, wie es ausschaut. Meine Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Bräugmann. Bis bald. Genau. Ciao, Manni. So. Das erste Spiel habe ich mal direkt verloren. Was soll ich dazu sagen? Ich bin traurig. Also, der Part geht jetzt 6 Minuten erst. Also, wenn ich das noch mit reinnehme, das Ganze hier. Und. Was ist los? Manu will Higuaien kaufen. 21. Das muss ich mir schon mal überlegen, ne. Higuaien, ich meine, wir haben einen Pro, ja. Benzema stelle ich immer vor Higuaien. Das ist für mich ist Benzema klar besser als Higuaien. Also, frage ich mich gerade. Eigentlich könnte ich ihn ja auch verkaufen. Hmm. Möchtest du unser Interesse an ihrem Spiel Higuaien bekunden? Ist der zu haben? Oh Gott. Na ja gut. Nein, ich werde ihn verkaufen an Manchester United. Ramos und Abelor werde ich nicht hergeben. Niemals. 31 Millionen für Higuaien. Sind okay, denke ich. Hier lehne ich strikt ab bei Ramos. Lehne ich auch ab. Und dann werde ich doch mal auf Schnäppchenjagd gehen, sag ich mal. Lazio. Achso, sie wollen Abelor. Ne, ne, ne. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. So, Transfers. Spieler kaufen. Was könnte ich denn für einen Spieler kaufen? Was für eine Position? Hmm. Vielleicht für das linke Mittelfeld. Ähm. Mittelfeld. Rolle. Links. Ähm. Arm, 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 arm. Aufliste. Achso, ich habe ja jetzt gar nicht geschaut. Nach Namen suchen. Liga. Ich hab's da auf Reverie abgesehen von FC Bayern München, wenn ich ehrlich bin. Ja, das müsste schon passen, denke ich. Nationalität, bla bla bla. Woll ich eigentlich nicht, oder? Also, suchen. Müsste eigentlich nur Ribéry rauskommen. Vielleicht noch Altitobot. Oh, ne, Altitobot spielt jetzt mal real. Was laber ich? Da. Branjic wäre noch eine Auswahl. Aber, nein, danke. Ich bleib doch da, Leo. Weil Frank Ribéry. Ja, hallo. Transfer. Nein, ich möchte Transfer. Ich möchte ihn kaufen. 33 Millionen. Mhm. Hm, ich habe 55 Millionen. Sehe ich das richtig? Okay. Ähm, dann werde ich das so machen. Ich... Kann ich da nicht irgendwie... Ach so, jetzt genau. So. 50 Millionen bin ich bereit für ihn auszugeben, ja. So. Ist das okay für dich? Ich hoffe doch. Ja, ich werde einfach mal das Angebot stellen an Ribéry. Ich habe mich doch echt gut bestückt, ja. So. Dann gehe ich mal auf weiter. Ähm, das nächste Spiel ist dann gegen... FC Barcelona möchte immer noch Ramos an... Ach so, ja. Ramos hättet ihr eh nicht bekommen, wie schon gesagt. In Higuain, ja. Weg mit ihm. Bin ich eh kein Fan von ihm, aber... Nochmal, was ist hier los? Nein. Nein, nein, nein. Ja, ist doch gut. Du wirst ihm nicht extra sagen. So. Jetzt aber. So. Nächste Partie. Partiespiel natürlich. So. Gegen Wigan. Atletic. Was zur englischen Premier League. Aber ich werde jetzt einen Schnitt machen und dann im nächsten Spiel, äh, im nächsten Part, ähm, ja. Sechs Minuten einstellen. Ähm, fünf Minuten meinte ich. Fünf Minuten und ja. Wird wohl erst reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.